da kommt ein stück raus und nimmt den ball auf fairer einsatz und er kommt an den ball der ball geht ins tor aus aber er hat den posten noch berührt john terry jetzt kagel edna sei jetzt schmelzer jetzt will er ihnen den ball abnehmen da war noch dran aber es reicht nicht der ball ist im tor das macht er ganz cool wo andere vielleicht die brechstange auspacken löst er das mit seiner brillanten technik und er macht genau so wie man es von ihm erwartet